Wir sind Dorian Mazareko und Mario Bertig und besuchen zurzeit die AB3C. In unserem Podcast geht es darum, dass wir das Thema, wie sauber ist unser Abwasser, nehmen. Und dazu haben wir den Interviewgast Kurt Bürkli befragt, der Leiter der Kläranlage Ara Hochdorf ist. Wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil es sehr wichtig ist, das Abwasser zu reinigen. Wird nur Wasser von der Kanalisation gereinigt? Kurt Bürkli sagte, sie reinigen die Kanalisation der ganzen Agglomeration und dabei gäbe es Regenwasser, was schon gereinigtes Wasser wäre und hier auch wieder gereinigt wird. Das probiert man zu trennen. Die Gesetze und Vorgaben für die Wasserreinigung werden immer strenger. Wie werden durch diese Massnahmen die Ara beeinflusst? Kurt Bürkli berichtet, es gäbe bestimmte Grenzwerte, die der Kanton macht und eine wichtige Filtration benötigt sei. Sind Medikamente im Wasser abbaubar und wenn ja, wie? Kurt Bürkli erzählte, ja, Medikamente sind Teilchen, die durchtrennbar seien. Die Medikamente trenne man in der Reinigung und fische diese nachher mit Aktivkohle wieder raus, sobald das Kohle nicht mehr aufnahmfähig sei. Wie viele Kilogramm oder Tonnen an Abfall sammeln sich jährlich hier? Kurt Bürkli erklärte, in der Woche wird es bis zu 24 Tonnen an Abfall gesammelt, was im Jahr etwa ungefähr bis zu 700 Tonnen beträgt. Meinungsfrage, denken Sie, wir haben in der Schweiz ein gutes, ausgebautes Kanalisationssystem? Kurt Bürkli meinte, die Schweiz habe lange geschlafen und kaum etwas daran geändert. Es wird erst heute daran gearbeitet, zum Beispiel sei die Beflutung der Kanalisation ein grosses Thema. Ist alles nutzbar vom Schlamm oder wird etwas entsorgt? Kurt Bürkli erklärte, den Schlamm gären wir, was der Methanausstoss und wieder brauchbar ist. Im Gärprozess wird viel Abwärme entstanden, was man weiterleitet zu Klöstern. Der Schlamm wird entwässert und ganz trocken, was wir dann weiterschicken zu einem speziellen Ofen, wo man Phosphor gewinnen kann. Beeinflusst die Wasserreinigung die Umwelt stark? Kurt Bürkli zitierte, dass Wasser die Umwelt beeinträchtige, weil das, was wir in der Kanalisation ausstoßen, wird eigentlich in einen See landen. Und dabei werden die Lebewesen dort sterben durch Sauerstoffmangel und bauen dort Algen auf. Das Projekt Umweltschutz im Ohr ist ein Programm des mobilen Kulturvermittlungsangebots, das fahrende Tonstudio. Das Projekt wird durch Schule und Kultur im Kanton Luzern und die Albert-Köchlin-Stiftung mitfinanziert. Wir hoffen, dass Sie die Unterhaltung genossen haben und empfehlen Ihnen, den Podcast unseren MitschülerInnen anzuhören. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017